hallo mein lieben zuschauer und willkommen zurück zu einer neuen folge darlegmobs es gibt ein neues update wie ihr seht und ich würde sagen wir lernen einfach nicht viel sondern gehen direkt rein im letzten jahr ist exeer des lebens gecraftet und jetzt haben wir zwölf regeneration ich habe schon mal dafür gesorgt dass wir ein paar skins haben mit die wir jetzt regenerieren können falls es passiert lassen wir mal kurz alles laden hier ich denke ich setze mal wirklich hier oben oh gott ok 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 aua das sollte nicht passieren das war jetzt meine eigene dummheit was zur hölle es gibt eine neue rüstung geil nice ich frage was machst du so auch moin flint so bist du oh ich habe vergessen vom teamzug zu gehen aha wie lange bist du schon drin gerade im channel vor zehn zwanzig sekunden äh zehn ja ich nehme gerade ein video auf deswegen moin leute man hört sich glaube ich sowieso kaum so problem ist warum packt das ding jetzt hier so rum nein klar ähm du mit deinem guten montalmann ja wie gesagt es gibt neun planeten es gibt neue eigentlich fast alles neues neutal es gibt es auch aber die können wir ja schlecht jetzt gucken weil wir ja in survival sind aber ich würde sagen wir gehen einfach mal oh boah das hat einen neuen anstrich bekommen geil was ist denn mit diesem game wieder los mondas das tut mir gefallen und ich rede bitte nicht so viel über script mechanica aber das passt irgendwie nicht so ja aber weißt du warum das game so ruckelt ne so mondas ist der neue aber wir wollten ja auch noch zu minecraft classic ah dann würde ich sagen wir gehen doch erst die welt nur mit wasser dann gehen wir doch erst zum mondas und dann werden wir sehen was uns dort erwartet äh wo ist denn der hebel da also am besten sollten wir uns mal ein bisschen sortieren was machen diese öpfel können die was bringen die hunger ich weiß es nicht wir können ja mal einen davon essen falls man die essen kann die kann man nö die bringen nichts auch gut kohle gold und alles hier rein spiel und da ikanium kommt auch rein ähm das kann man aus kristallin machen was haben wir sogar können wir einen weiteren stahlschrauben zier machen das brauchen wir nicht das machen wir direkt wieder aus so das was wir jetzt haben passt ja einigermaßen ähm blaster nehmen wir auch noch wackeln nehmen wir auch mit und diese drei dinger kommen wieder zurück in die kiste perfekt das ist der pink verpitalik na genau also würde ich sagen landen wir mal und gucken was uns erwartet ach es lag es lag es lag es lag ah Hilfe what's going on hier und die tür wieder zu älter was geht denn hier ab oh uh eisenkohle nimmt ok aaa ui ok ok die welt ist sehr viel mit schnee bedeckt wie gut dass wir ne ressortan haben neuer welt neues glück so hhhhhhhhhh ok 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 second cyberman auch geil warum lecher sind hier so rum aber so ich glaube da die welt neu ist muss erstmal alles laden heilige irgendwas runterschrauben also es ist so im lenken ach herrje das müssen wir nochmal überarbeiten aaaaaa sollen wir den planeten erkunden und das im lag modus oder lieber nicht ich geh mal unter der erde vielleicht wirds ja da ja besser tatsache es ist eher der himmel der hier etwas zum laggen bei blöd ach gott ich muss hier nur in die richtung gucken so ja jetzt gehts einigermaßen ok gut also ist wirklich der himmel weil er vielleicht mehr details hat oh 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 oder doch nicht i don't know also auf jeden fall ist der planet der cyber man auch gut blaues glas hmm lecker man man was legt immer weiß wenn man neue sachen geht für schnee das soll ja auch wieder dungeons geben das ist das schöne so eine bergregion aber ich kann ja keinen berg sehen aber was ist wenn ich jetzt mal höher schraube ich muss das ja nicht so viel laden mal da fertig mal da fertig nö das lässt fast mal minecraft abstürzen ok also unser problem ist jetzt dass es sehr 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 rumlägt auf dem kleinen planeten was sie vielleicht nochmal fixen sollten also kann man hier echt nicht spielen ja und was wir noch brauchen ist noch ein brother's diary damit wir auch unser aussehen wirklich verändern können wie craft ich da drin da äh aus dem buch und lapis buchen wir leder und drei papier das kriegen wir aus zugelassen ok nicht sonderlich schwer nicht sonderlich schwer also ich glaub mir als schnee finden wir grad nicht auch berge was neues ok wir können uns ja mal hier so in berg bergregionen runter graben das war also auf höhe 13 werden wir gleich mal sehen ob wir hier eine city finden wobei ich kann ja mal ganz kurz duschen wir müssen hier auch was sehen können wir müssen hier auch was sehen können wie ich es einfach wusste dass hier drunter eine ist hm alter das sieht riesig aus ok ok leute ok mhm wir müssen uns einfach nur hier ist drunter graben ne ja ok gut zu wissen wir sind wir sind äh wir sind hier also ich wusste es hm also es ist nicht gecheatet also kommen wir uns jetzt immer hier runter wir wollen die dungeon sehen da ist das schon mal genehmigt dass wir ein bisschen gucken wenn wir gleich kommen wir drunter fallen das sterben oh oh gott oh gott kann ich schießen ich kann ich schießen oh ich hab keine ammo ich bin so dumm oh nein ich kriege nach hier scheiße oh fuck leute Wir sind noch normal, ja gut, auch kein Wunder, weil wir ja noch nicht das Tagebuch haben. Ah, okay, zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild von der Regeneration, das ist gut. Dann haben wir aber nicht mehr so viel übrig. Schöner ist, wenn wir kurz in das Dings da oben gucken, dann kriegen wir noch eine weitere. So, Lapis haben wir genug, Buch brauchen wir. Leder, haben wir Leder? Stimmt, haben wir bestimmt Leder. Nein? Kein Leder? Okay. Ähm. Können wir uns nur noch auf den guten alten Pfeil und Bogen verlassen. Und Cybermen sind hier echt mies drauf. Hab ich dich. Okay, Leute, wir sinds hier drin, ne? Frage ist jetzt nur, wie schaffen wir... Nein, warte, welche Fekad haben wir? Wieso ist das denn auch schwer? Kein Wunder. Okay. Okay. Ah ja, moin. Und jetzt hier müssen wir nochmal üben. Aua. Richtig. Easy. Okay, neues Dungeon hier. Schön. Für Dungeons ist es echt gut. Und wir kriegen sogar kostenloses Deal von dem. Das ist die Kiste. Aua. Leck. Dimensionale... Irgendwas? Use to craft? Ein Stasis Cube. Was ist denn ein Stasis Cube? Rustikales Iron, Titanium, Eisen, Fäden und Kohle. Aber was ist denn das? Macht der irgendwas? Hm, kann ja craften, wir haben genug Silikon, glaub ich. Oh mein Gott, er lagt das rum. Die Frage ist, wo gehen wir zuerst lang? Ist das so groß hier? Okay, hier scheint irgendwas passiert zu sein. Oh ne Kiste. Das ist das, was ich irgendwie gehört hab. Warte, was ist denn, oh, steht hier? Cyber-Drohne. Nein, die stellen hier Cyber-Drohnen her. Okay, die sind echt, äh, mies. Und wir haben unseren ersten Tier. Geil. Wir müssen mal hier, ja, voll essen. Dürfen ja nicht sterben. Ist irgendeiner. Schleichen, und... Schleichen, und... Schleichen, und... Schleichen, und... Schleichen, und... Was haben die hier versucht? Wir haben irgendwelche Krankenexperimente gemacht. Das ist bestimmt irgendwo einer. Alter, was ist das hier? Ich bin mal gespannt, ob die Mechaniken eigentlich da noch funktionieren würden. Warte, der Ding bleibt an. Oh, geiler Stuhl. Nehme ich mit. Bist du jobben? Ne, manchmal nicht. Echt, ey. Ähm, das sieht mir aus wie ein Bossraum. Wenn's hier auch jetzt wirklich ein Boss gibt, ne? Alter. You will come like us. Ey, hoffentlich nicht. Nein, werd ich nicht. Stirb doch. Hab ich dich. Alter, was ist trotzdem noch so? Hm. Aua, au, ja. Die Gatton Chanks müssen neu laden. Okay. Boah, also echt, ne, da kann ich aber auch nichts für. Das ist das Spiel, das bin nicht ich. Boah. Geht's da? Hallo? Ne? Okay. 4 Fs haben wir gerade. Liption Lightness und Cyberman. Geil. Wo liegt der gerade? Und vielleicht gleich mal ein Bossraum vorbeigucken. Das wär doch mal lustig. Ja, moin. Äh. Aaaaaah. Ich kann kaum. Ne, so glätt nicht. Boah, Hilfe. Hier, Chance. Hier, Chance. Tönnst du den Ort, Mann? Komm mal her. Merkt er mich nicht, wenn ich sneaker? Habe ich dich. Hab ich dich. Aha. So leicht bekommst du mir nicht. Oh, da ist noch eine Kiste. Mehr Schwarzpulver, Titanium. Geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, 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 ähm. Moin. Hier sind ein paar mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen noch ein paar. Ich hab keine Pfeile mehr. Nice. Wobei, die gehen eigentlich relativ leicht zu schlagen. Was ist das, Alter? Wir brauchen noch ein bisschen Koppererz. Nehmen wir mit. Geben wir jetzt noch ein weiteres Cyberman. Wir sollten uns vielleicht noch voll heilen. Oh, da auch. Delete. Ja, ich biete dich jetzt mal. Das war gleichzeitig so unfair. Wo bist du? Wo ist er? Ich kann ihn nicht schlagen, weil er ist er leckt. Wir können sich regenerieren. Alter, drei Herzen. Junge, von wo sind wir jetzt gekommen? Von da hinten, glaube ich. Ich will mal in diesen ganz großen Raum. Weißt du was, wir setzen uns erstmal hier, glaube ich, ein. Safe Point. Hier ist aber schon durchgeguckt, ne? Ja, gut. Von hier kommen wir also. Oh nein. Es sind ein paar mehr neue gekommen. Oder da waren wir gar nicht. Wir sind von hier gekommen. Stimmt. Ja, wir sind von hier gekommen. Okay. Wo war in der Bossraum? Da ist der. Okay, machen wir jetzt hier einen kleinen Spawnpunkt. Oh, hier drin läuft es wieder schon flüssig. Oh, viel, viel besser. Moondust, genau. Da sind wir genau. Also erstmal tun wir mehr kristallin, neues rastetting, Eisen, das ding, das ding, mehr Fontänen, Schwarzpulver, Ammo, Rikon haben wir, wieviel? Ja perfekt, dann kann man schon so reinmachen, ne müssen im ganzen ne, ja, machen wir mal dieses interdimensionale Zeugs da, kein Plan was uns das bringt, aber es sieht aus wie ne Waffe. So, wir brauchen jetzt einmal Stasis Cube. Es ist so ne Falle, wenn da irgendwelche Cybermen reingehen. Komm her, Alec, komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Komm. Oh, es geht nicht weiter. Du gehst ja mal, gehst ja rein. Ok, dir tut ja nichts an, auch weil, also falls er jetzt in Cybermen reingehen würde, dann hätten wir ähm, kleine Stasis Falle, das heißt, die einer drin gefangen. So, da wir es jetzt gerade verbraucht haben, ist ein bisschen dumm. Ok, das war jetzt ziemlich dumm. Ich wollte mir auch mal ein Checkpoint setzen, mein Gott. So, Waypoints. Ähm, neues Dungeon. Geil. Immer noch längst sich alles erkundet. Oh, was ist hinter dieser Tür? Sind Cybermen? Ok. Sind ein paar viele Cybermen. Ich hab mir niemals alle so... Ich hab schon wieder... Vergessen mir die Amo mitzunehmen. Meine Güte. Da könnten wir jetzt echt gut was gebrauchen. Oh, es gibt noch was. Erstmal gleich. Ah. Es gibt noch neue Tages. Ja, lol. Ok, warte. Wie qualftig ist so was. Ok, gut zu wissen. Wir haben Schwarzpulver und wir haben Gold. Ich kann vier Stück machen. So. So. Perfekt. Dann haben wir schon mal ne neue Waffe hier. Und wir brauchen unsere Munition. Ähm. Hier haben wir... Hier reden noch mal. 17 Schuss nochmal. Für jeden vielleicht 5 oder 6. I don't know. Wer sind wir jetzt? Ach, wieder ins Leckreich, Alter. Jetzt mal schmettern will ich hier schwimmen. Mäusein. Aua. Aber zwei Hitten wir. Ich hab das Gefühl, die haben hier einen Spawner. Ich frag, wir dürfen nicht nochmal getroffen werden. Ansonsten regenerieren wir. Ich hab keine exklusiven Kugeln mehr. Noch einmal. Ne, noch einmal. Jetzt. Jetzt. Holy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat der denn alles getroffen? Wird jetzt unter Spawner oder wird... Oh nein, hab ich mich jetzt zerstört. Neue Schwert. Geil. Ok, gucken wir mal. Gucken wir mal. Cyber Industry. Ah, genau. Cyber Industries. Warum nicht? So, was haben die hier versucht? Sieht krank aus. Hm. Oh, hier sind wir bei dieser Reimung. Und vielleicht soll ich mich erstmal wieder vollheilen. So, ich schlag euch gleich mit euren eigenen Waffen. Irgendwelche Cybermen anwesend. Ne? Gut. Gut, gut. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ja, aber oder? Wo kam ich hier hin? Oh, da komm ich her. Hallo. Hier sind die Katakomben. Hallo. Oh Gott, fuck. Fuck Leute. Oh Gott, fuck. Letten, retten, Alter. Das holen was zu holen ist. Oh Gott, F. Ah nein, oh! Uuhuhuhuhuh! Leute! Ein Herz! Scheiße! Ah, wie wollen wir das Regeneration ausgetroffen? Das ist schlecht! Das ist schlecht! Ah, wie wollen wir das Regeneration ausgetroffen? Oh, danke, dass du mir Eisen versprengt hast, das war sehr gnädig und was ich selbst mit den Luft versprengt, auch gut. So, wie gnädig die da eigentlich manchmal sind. Oh, Eisen. Ja, äh, mal schauen, werden wir das Dungeon noch ein bisschen mehr erkunden? Ich glaube nicht. Einfach aus den Lag gründen. Weil es nicht schön fürs Video ist. Moin. Jetzt sind sie euch das, wenn ihr euch selbst in den Luft sprengt, ja? Und eigentlich genau zu eurem Kumpel. Ach du. Perfekt. Weiß nicht warum dieser immer kommt, dieser Sound. Ja, ja. Durchstrecknis herthaft ist schon bald vorbei. Oh, was ist jetzt los? Ich denke mir wurde dunkel. Ach, come on, Alter, wie viele sind denn da? Ich hab den Pinkfluff in die Darico schädigt. Ich hab den Pinkfluff in die Darico schädigt. Der Pinkfluff in die Darico schützt mich vor dem. Nein! Was ist das denn, ey, diese Böden-Daleks? Das sind ganz viele von Pik-Praffi-Dingern. Ja gut, nicht so schlimm. Mal kurz aufschauen. Oh, im Blick. Wir müssen seit 31 Minuten auf. Oh. Okay, okay. Ein bisschen viel, würde ich sagen. Deswegen, wenn ich das Video an dieser Stelle... Wenn ich bitte mal... Hallo, kommst du da? Ähm... Vielen Dank. Lol, die Leiste unten ist eingefroren. Ähm... Ja... So, ich einfach so... Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Komm, nächstes noch? Oder... Na ja, macht's gut und... Ciao. Euer Wettgamer. Ja... 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 Ich bin hier. Ich bin hier... Aufmerksam, dann bist du...